Ich hatte aber ne seelmännliche Stimme. Beten, da gehen. Ich glaub, ich hab fertig, ne? Müsste eigentlich. Ist das Nest jetzt oben oder unten? Oben, ne? Unten, natürlich. Aber das ist, glaub ich, das Krokodil, was ich schon hatte, ne? Das taucht jetzt vielleicht spontan auf? Oh! Ach komm, wir brauchen Übung. Oder Flexor und so. Ich mein, ich hätte weglaufen sollen. Das wäre bestimmt noch mal Krokodil-Mama geworden, ne? Aber ich weiß nicht, wie hartnäckig die sind, wenn man erstmal so ein Nest plündert. Hm. Gut, gucken wir nochmal auf der Karte, ob's noch mehr so ne Nebenmissionen gibt. Also gibt's pro Pilz wahrscheinlich immer einen Bedürftigen? Da unten geht's weiter. Da ist noch ne Kiste. Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Gut, man kann natürlich auch erstmal den da holen. Oh Gott, das Ding ist echt groß. Aber das schien die einzige Nebenmission zu sein, ne? Denn hier unten haben wir alle Aussichtspunkte. Ja, gut, dann holen wir erstmal den hinterm Dorf. Ich nehm euch jetzt einfach mal kurz mit und... Beziehungsweise, wartet mal, lasst mich mal kurz auf die Uhr schauen. Ähm, die Uhr sagt... Neune ist das. Warte, wir machen die Hauptmission. Ich geh zur Hauptmission weiter. Ähm, noch ein Stündchen ungefähr aufnehmen. Ein bisschen Vorlauf brauch ich noch, ich muss ja heute wieder los. Und das kann nicht, äh, ja, dann hab ich zwei Stunden Zeit, das durchzuschneiden. Durchzuschneiden ist gut. Zu schneiden und dann später rennen zu lassen. Das macht sich schon ganz gut und dann dürftet ihr morgen schon die erste Folge haben. Oh, ähm... Nein, nein, nein! Okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die sich umdreht? So, der nächste Kranke ist keine Ahnung. Irgendwo? Was war das denn rascheln? Keine Ahnung, äh, rascheln ist jetzt weg. Wo lang jetzt? Da lang. Nein, da geh ich nicht lang, das ist zu viel Wasser. Hm, gehen wir da rüber. Wir gehen doch schwimmen. Ich hab mich umentschieden, war alles so gewollt, ist geplant. Ich weiß nicht gerade, ob das hier so viel bringt. Ich geh mal hier lang. Hm. Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Das ist doch wieder wahrscheinlich das Lager von... Oh Gott! So, jetzt aber. Genau, von meinem Mentor, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Schön. Das funktioniert wunderbar, wie man feststellt. Wuiiii! Der Mentor hat Pilze im Nagel. Am Lager wahrscheinlich eher. Aha. Aha, aha, aha. Ich geh die mal kurz holen. Ich muss aber nicht runter dafür, ne? Ah, ja. Pilze halten. Den kriegen wir hin. Bin ich jetzt eigentlich aus Kapitel 2 raus, oder...? Wo ist der Mann? Ah, da oben. Aber ich denke mal, ne? Guten Tag. Die ganze Wahrheit. So viel von der Wahrheit sagen wie nötig. Pardon. Agathe, ich habe getan, was du wolltest. Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für de Ferrer. Hm. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seid bedankbar, dass es nicht dazu kam. Genau. Sonst wer die Bruderschaft... Denken wir nicht dran. Du hast das Vespennest im Bayou ausgeräuchert. Zumindest fürs Erste. Der Ferrer schlägt sicher zurück. Vermute ich auch mal. So ein Mann... Erfolg freigeschaltet Sequenz, weil es gibt doch Erfolge? Gab's vorhin auch einen? Ach ne, ich hatte ja schon mal den Bayou betreten, ne? Dann werde ich den schon bekommen haben. Na gut. Also, Animus Erinnerungsnotiz. Die Erkenntnis, dass Agathe ihre Mutter, Jean, kannte und er ihr jahrelang verheimlicht hatte, führt zu einer angespannten Beziehung zwischen Mentor und Schützling. Nun, da der Ferrer wieder in New Orleans ist, verdoppelt Aveline ihre Bemühung, die Bürger zu schützen. Gut. Jetzt kommt dieser Punkt... Ich höre Kisten. Drei Jahre vergehen. Die französische Kolonie wird an Spanien übergeben. Die Geschäfte florieren, bis die Kolonisten rebellieren. Okay. Jetzt ist die Frage, würde ich jetzt aus meiner Position heraus... ...ja, jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich mitten in der Mission bin, wieder in den Sumpf kommen, um dort aufzuräumen? Wisst ihr, was ich meine? Gut, gehen wir erst mal Schätzchen besuchen. Oder Schatzi-Line. Äh. Ne, das sieht irgendwie anders aus. Wenigstens kann sie laufen. Oh, doch, tatsächlich. Schatzi, wo bist du? Ähm. Hm. Hätte ich hier nicht reingemusst? Ich gehe da nochmal raus, würde ich sagen. Aber wieso stellt man mich denn davor ab, wenn ich da nicht rein soll? Das ist doch total... Ich soll da nicht rein. Na gut. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Also sind wir jetzt eine spanische Kolonie, das heißt, mit anderen Worten jetzt... Dann kommen hier wahrscheinlich auch noch die Spanier um die Ecke. Im Pub. Den betrunkenen Kapitän befragen und herausfinden, was er weiß. Leute, ganz kurz einen Moment. Ich muss mal was für meine Stimme tun. Ab Nachsicht. Auch wenn es gerade ein bisschen knistert, ich muss mal mein Böckchen in den Mund schieben. So, wo ist der Eingang? Dominguez in der Taverne befragen. Warum ist hier so viel aufgebahrt? Muss ich echt hinten rumgehen? Muss ich dann wohl, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist denn? Ne, stehlen wollen wir nicht. Ist das die Taverne? Ach, wartet mal. Moment. Das ist das Einzige, was ich bin. Ich bin Carlos. Verbetan, so sieht man sich wieder. Ach ja? Ihr drei kommt mir bekannt vor. Drei. Doch ihr seid alle in meiner Kabine willkommen. Ich bin Manns genug für. Ich glaube nicht. Oder wir vergnügen uns gleich hier. Wisst ihr etwas über Rafael Joaquin de Ferrer? Ich fürchte, er ist nicht eingeladen. Was habt ihr mit ihm zu schaffen? Er zahlt für einen Transport hin und zurück nach New Orleans. Das ist alles. Ich transportiere Dinge gegen Bezahlung. Dinge bezahlt. Transport bezahlt. Hin und her. Und her und hin. Was hat er vor? Warum New Orleans? Ich weiß es nicht. Senior de Ferrer ist ein sehr, sehr verschwiegener Mann. Raumfrau. Schön. Hab Dank für eure Zeit, Kapitan. Mit dem Staub haben sie schon cool gemacht. Ich weiß nicht, ob das in der Widerfassung auch ist. Gefällt mir. So, zu Villa de Grand Prix zurückkehren. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Da hinten ist der grüne Punkt. Hier gibt es auch Schneider und allem drum und dran. Aber ich vermute mal... Nee, wie macht man denn hier Geld? Ich meine, in jedem Spiel hast du irgendwas in der Wirtschaft erledigt, damit das Geld von alleine geflossen ist. Aber andersrum, wie gesagt, man kennt die Größenordnung in diesem Spiel nicht. Es reicht vielleicht auch, wenn man Kisten lootet und alles aufkauft. Wer weiß. Das wird sich noch zeigen. Ähm, wo ist das leer? Da geht's nicht viel weiter. Mama? Oder Papa? Niemand da. Doch eine Blase. Aveline, auf den Beinen, immer unterwegs. Doch inzwischen zu Hause, Papa. Monsieur Blanc sagt, du erweist meinem Geschäft große Dienste. Äh, unserem Geschäft. Denn eines Tages erbt es dein Ehemann. Oh, Papa. Du weißt, ich kümmere mich lieber um mich als um einen Mann. Genauso stur wie deine Mutter, Jeanne. Wenn sie dich nur sehen könnte. Kann sie nicht. Nein. Aber vielleicht bist du nun alt genug. Es ist nicht viel. Nur eine Seite. Aber aus ihrem Tagebuch. Bitte nimm sie. Mama. Vielen Dank, Papa. Oh oh. Tagebuchseiten sammeln. Ich finde die Musik echt schön. Stilvoll. Ambiente. Achso, Vollosing. Okay. Im Pub. Das war schon. Okay. Ich glaube, hätten die Damen und Herren damit schon irgendwelche Art von Player oder Radio gehabt, würde so eine Musik wahrscheinlich laufen. Schon sehr stilvoll, ne? Irgendwie. Jedem Zimmer ein Kamin. Ich muss ja mal umgucken. Ich bin gerade mal neugierig. Wer weiß, wann ich mal wieder die Chance kriege. Oh, Wahnsinn. Ey, Hammer. Nehme ich auch. Durch und durch. Hammer. Also die Bilder und so, ne? Also haben sie schön gemacht, finde ich, finde ich wirklich... Wow. Die Assassine wird immer noch gesucht, sehe ich gerade. Da müssen wir auch noch was dagegen machen. Für das Volk. Auftakt der Rebellion. Na gut. Wollen wir doch mal gucken. Papa, du hast mich erschreckt. Ich wollte nicht stören. Deine Musik ist atemberaubend. Du könntest jeden Mann damit betören. Du schmeichelst mir zu sehr, Papa. Die Ehre gewirrt meinem Lehrer. Ich bin nur ein Instrument seines Willens. Wie gesegnet. Wir sind mit einer Tochter, die ihre Talente friedlich einsetzt. Und nicht wütet in den Straßen von New Orleans. Es gibt so viele Unruhen seit der Ankunft der Spanier. Nun, ich will dich nicht vom Üben abhalten. Ich habe eine Nachricht von Monsieur Blanc. Wenn du Zeit hast, hilf ihm bitte am Lagerhaus. Aber sei dann schön vorsichtig. Die Straßen sind nicht sicher für eine Dame. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß, dein Charme und deine Anmut sind deine Rüstung. Für wahr. Ein schönes Kind. Haus durch die Vordertür. Das, glaube ich, kriegen wir noch hin. Gutsch da. Den Aufrundersuchen. Gut, gehen wir mal gucken. Das sind jetzt die Spanier. Falte, Knechte! Entführe! Wir wollen antworten! Schmutzige Schweine! Zurück in die Sümpfe! Wie viele sollen noch verschwinden? Haut ab! Sonst kriegt ihr einen Grund zu protestieren! Fäusteinsätze! Oh Gott! Ja, natürlich! Verlündet der Tod. Schön! Auf Gott sei Dank kann er im Rücken schießen. Ich dachte, er hat nicht getroffen. Aber gut, dann muss ich schneller reagieren. Oh nein. Autsch! Autsch! Genug! Der Mann ist besiegt. Du missbrauchst die wenige Macht, die du hast. Ja gut, lass mich gehen. Also, worum geht es hier? Es gibt immer mehr Entführte bei uns, oder? Es gibt sie eher nicht mehr. Deshalb sind wir... Habt ihr Beweise, dass die Spanier beteiligt sind? Seit ihrer Ankunft sind es immer mehr geworden. Immer mehr? Das Leben war nie leicht. Jetzt ist es schlimmer. Ein Aufruhr wird eurer Sache nicht helfen. Ihr braucht Beweise. Ja, und wie sollen wir die bekommen? Ich... Ich weiß nicht. Noch nicht. Tolle Hilfe bist du. Tutorial. Umgebung von New Orleans gibt es zusätzliche Missionen. Ich sehe schon. Ach herrje. Jetzt kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, wo... ...mit Gerard am Lagerhaus treffen. Zum Henke. Räumt doch mal die Straßen auf. Ach, das auch noch. Wow. Da geht es auch nicht durch. Warum bin ich nochmals da unterwegs? Da komme ich auch nicht durch. Okay, jetzt wird es interessant. Ähm... Ups. Da lang? Bestimmt. Oh, 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 oh. Ach, ey. Ah, mhm, mhm. Äh. Au. Keiner gesehen, ne? Oh. Huch. Na gut, wenn ich mit Gerard sprechen soll, dann ist es wahrscheinlich auch vonnöten, dass ich hier halt als Dame herkomme. Weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob bekannt ist, dass ich Assassine bin. Inventar 1000. Hier fließt das Geld also automatisch. Na gut. Ah, Aveline. Guten Tag. Ich habe eine Überraschung für dich. Was hältst du davon? Für das unbedarfte Auge ein unscheinbares Lagerhaus. Doch für unsere Bruderschaft das neue Hauptquartier. Dankeschön. Agathe hat seinen Amtssitz im Sumpf, aber wir dachten, das ist geeigneter für deine Angelegenheiten. Oha, jetzt wird es doch umfangreicher als erwartet. Von diesem Schreibtisch leitest du, oder besser noch, expandierst du euer Handelsimperium. Scheiße. Oh oh.